Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4882 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich brauche jetzt eine Minute, um meinen Kopf frei zu bekommen. Es geht gleich weiter. Ich brauche jetzt eine Minute, um meinen Kopf frei zu bekommen. Es geht gleich weiter. Ich brauche jetzt eine Minute, um meinen Kopf frei zu bekommen. Es geht gleich weiter. Ich habe es euch versprochen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich danke euch allen für diesen Erfolg. Ich habe es euch versprochen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich danke euch allen für diesen Erfolg. Ich habe es euch versprochen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich danke euch allen für diesen Erfolg. Wir genießen schon unser neues Zuhause, obwohl wir kaum etwas ausgepackt haben. Wir genießen schon unser neues Zuhause, obwohl wir kaum etwas ausgepackt haben. Wir genießen schon unser neues Zuhause, obwohl wir kaum etwas ausgepackt haben. Nach der Hautreinigung fühlt Annas Gesicht sich wieder gut an. Nach der Hautreinigung fühlt Annas Gesicht sich wieder gut an. Ich mache mir ausführliche Notizen, damit ich die wichtigen Dinge nicht vergesse. Ich mache mir ausführliche Notizen, damit ich die wichtigen Dinge nicht vergesse. Ich mache mir ausführliche Notizen, damit ich die wichtigen Dinge nicht vergesse. Die Richter müssen über ein abgeschlossenes juristisches Studium verfügen. Wir genießen unsere Musik und begeistern unser Publikum jeden Tag aufs Neue. Wir genießen unsere Musik und begeistern unser Publikum jeden Tag aufs Neue. Mal sehen, was in der Tüte ist. Mal sehen, was in der Tüte ist. Ich weiß nicht mehr, ob ich alles für das Fest eingekauft habe. An der Planung unseres Projektes sind Kollegen aus allen Abteilungen beteiligt. Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und wir sehen, was in der Tüte ist. Wir sehen, dass ein bisschen und drüte ist. Wir sehen, was in der Tüte ist.